Haus, no house, take a trip to my house So, willkommen zurück Es tut mir leid mit dem Telefon Oh Gott, Alter Und ja, ich hasse den Klingelton selber Und Was ich in der letzten Folge noch sagen wollte Ist, dass wir jetzt so ein Keil haben Gott, ist das laut Was? 3%? Ja gut, das liegt doch daran, dass mein Headset Volle Lautstärke gerade hat Okay So, Pen gehen Und dann werde ich erstmal Weiter Das Rezept ausleben Was kann ich denn dafür nutzen? Erstmal kann das hier rein Und das hier Ähm, Zombie-Hörne, genau Nee Oder doch, einmal würde ich das machen Weil das hat eine richtig hohe Erfolgsschance Okay, einmal Zombie-Hörne Zombie-Hörne Und das Alter, 70% Wenn das nicht geil ist, dann Keine Ahnung So Aber erstmal belasse ich das bei Ähm, 50% Okay, weil etwas mehr So, komm schon, Alter Und Geh dann 52% Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Und Bäm Oh, schade Und Bäm Jawohl Nice Ähm, dann werde ich jetzt noch irgendeinen anderen Wertstoff Also einen Wertstoff in Klammern Cobblestone Ja Die werde ich zwar noch in Massen brauchen, aber Ähm, hier sind momentan Rezepte etwas wichtiger So 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 Und weiter geht's Mit einer 3% Erfolgschanf Ähm Das kann ja hier zu den Das kann ja zu den anderen Rezepten Ähm Rein Schaufeln kann ich ja hier direkt machen Geil Ähm Sticks habe ich dort reingetan, ne Ne Keine Ahnung Puh, ich hatte doch Sticks hier irgendwo Dort unten war das Ja, die sind jetzt eh weg Geil Dann mache ich mir eben neue Eisen nehme ich noch Drei mit So Sticks Um Eins Zwei Was, nur zwei? Ach ja Na gut, okay Und jetzt heißt es wieder Luxu Und man kann damit nur in Eine Richtung fliegen, aber Gut, man kann das ja immer noch aus und an machen Für die Steuerung Und das Loch ist bald voll Wenn ich das hier abgetragen habe Dann ist es voll Ach ja, ich finde das geil Was fliegt dort rum Ähm Gar nichts, okay Bei den Banditen ist auch nichts los Wahrscheinlich hängen die alle unten ab, aber Keine Ahnung Ich werde dort auf jeden Fall nicht hingehen Und ich freue mich schon auf Skyrim Commentaries, weil Ich habe mir jetzt noch ein neues Zusatzpaket geholt Holen Ich glaube das heißt Dragonborn Mit Vampiren und Armbrüsten und Ähm Und neun Sachen Auf jeden Fall ist das Zusatzpaket extrem geil Und jetzt bin ich Vampir first An alle, die das jetzt spielen Und zwar keiner Aber ähm, ich werde hier die Cobblestones dann erst später füllen Wenn dann mein Loch zu ist Also jetzt das, woran ich arbeite Nicht mein Loch hinten Aber ich glaube wir haben hier schon eine ganz gute Welt erwischt Denn wir haben hier extrem viele Sachen gefunden und so Und wenn die dann hier noch ausgebaut wird Nach und nach Geil Auf jeden Fall, wie gesagt Wir versuchen den Millenair Mod noch weiter auszubauen Dann werden wir noch unser ganz eigenes NPC Dorf bauen Und zwar mit dem Mein Colony Mod Wie das geht, werdet ihr noch sehen In so 100 Folgen Ne, ich weiß nicht wann Auf jeden Fall will ich den auch noch machen Will, will, will Alles will ich machen, aber gebe nichts dafür Typischer Elternspruch Man will alles haben Man will länger aufbleiben Man will, ähm Ein neues Handy Ein Fernseher Ein, was weiß ich Einen neuen Computer Aber man muss immer was dafür tun Leider, Assi Die tötet ihr ja alle Ich hasse dich Loy One Hit Au So, dann fülle ich das ja jetzt alles noch auf Und Dann werde ich weitermachen Mit Erde abtragen Auf jeden Fall ist meine Tonqualität jetzt recht geil Ohne Rauschen und Übersteuerung und sowas Ich wünsch geil Und das Gute ist, für das Mikro musste ich keinen Cent bezahlen Ich glaube den Grund habe ich auch schon in einer anderen Folge erklärt Ach cool, ich bin jetzt hier oben Und ich sehe gerade, dass mein Bruder bei seinem Kumpel angekommen ist Weil, ähm Die haben ja gepennt Und dann sind sie zu dem Kumpel gegangen Und gerade habe ich bei Steam gesehen, dass er, ähm Dass sie angekommen sein müssen Weil die gerade den PC angemacht haben Oder Terraria gestartet haben Weil das ploppte dort gerade unten rechts auf Steam halt Ey Ey, das sind die Verwandten von Yonic LP Moment Wie nenne ich den denn mal, ähm Jonas PvP Bro Herz Oh Jonas PvP Bro Oh, okay, das ist mir doch ein bisschen zu gay Ciao, Jonas Und Oh, wie süß ein Baby Oh, wie süß ein Baby Das hier ist auf jeden Fall Ähm W-O-D Das ist ein Clan Justin Ja, so heißt er nicht, aber Trotzdem Das hier ist, ähm Mr. Mark LP Ich hoffe, der heißt dann so Ich habe ihn einfach mal so genannt Und jetzt fallen die mir ja Nein Und jetzt fallen die mir ja auch Das ist geil Ähm Ja, dann habe ich ja bald irgendwann meine komplette Meine kompletten Freunde Multi-Zocker fehlt noch Ähm Äh So viele Leute Mal schauen Spongeboss, Gunshot Ach ja, gestern ist ja das Finale rausgekommen Spongeboss vs. Gio Spaldo waren jetzt nicht ganz so geil Aber, naja Man kann ja nicht immer perfekt sein Auf jeden Fall war Patrick Bang dabei In der Runde von Spongeboss Und Gay Butters war bei Gio dabei Gay Butters ist so eine schwule Person Ahaha, Gott war das witzig Auf jeden Fall muss ich ja noch YouTuber verewigen Und geile Spiele und alles muss ich ja verewigen Alles! Ja, aber irgendwie ist das voll geil So eine Widmung in der Welt einzubringen Auf jeden Fall wird die Hall of Fame hier ordentlich gefüllt Und ich kann nichts singen Oh ne Was passiert eigentlich, wenn man gar keinen Hunger mehr hat? Äh, warte, ich kann mir ja mal was gönnen Ja Angenommen, mein Hunger geht jetzt zu Ende Was passiert dann? Uuuuh Dann voll ich runter Ja, ja, fresse Ey, dort ist ein neuer Ein neuer Zhivaga Ah Füß dich, Alter Gerade Dann nenne ich den einfach mal Jonas Throw Throw Down Jetzt fehlt nur noch Multizocker hier irgendwo Und unten sind ein paar schwarze Bären Oder auch Schwarzbären genannt Ach ne Das sind hier diese Tigerviecher Was bringen die? Erfahrung Das ist es mir wert Ja, ja Greif mich an, Alter Oh, Alter Ach, ist der kleine süß Wow Oh, Mensch Oh, ja Komm, spring noch höher Und Level 22 Wir müssen alle in den Wald gehen und Wildschweine töten Keine Ahnung, Spielung auf ne South Park Folge Und klar, Mann, ich geb euch meinen kleinen Tipp W-O-W Auf jeden Fall bin ich jetzt ein riesiger Juliens-Blog-Battle-Fan geworden Irgendwann muss ich mir auch mal das VBT gönnen Aber ich hab dort irgendwie nie durchgeblickt, welcher Kanal das überhaupt hochblickt und so Und, okay, ich hab mich damit noch nie beschäftigt, wenn ich mich ehrlich sein soll Muss ich mal machen Dann kann ich euch auch hier Oh, ein Riff Dann kann ich euch auch hier mit, ähm Meinen so schönen Rap-Geschichten voll labern Und wenn, ihr habt die Arschkarte gezogen, wenn ich selber rappe Oh, mein Beileid an alle Ohren, die Schrott gehen Wie lange nehme ich überhaupt schon wieder auf? Ach, ist grad noch egal Erstmal werde ich ja das dann noch füllen Dann werde ich fangen gehen Und dann mache ich wahrscheinlich wieder ein Cut Kommt drauf an, dann gucke ich erstmal auf die Uhr Ich kann mir ja etwas längere Folge bitten So, auf nach Home! Moment, die 12 verbaue ich jetzt noch Mal gucken, ob ich irgendwas Gutes bei, ähm Weil ich Soundcraft bekommen habe Und, lebt wohl! Ich hab keine Lust mehr auf Leben Tot, uah Was? Ich bin noch in Wasser aufgekommen Was wollt ihr? La 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 Ey, nice! Fuck, jetzt hab ich kein Papier mehr Naja, dann muss ich mal wieder etwas Bambus abernten Das ich jetzt auch wieder en masse habe Auf in die Koje Boah, oah juckt Da ist das Ne, ich hab hier keinen Zuckerrohr Okay, wahrscheinlich bin ich auch einfach nur zu blind und sehe es nicht Das ist wohl das, wahrscheinlich Nächste Na, Skelett Ich lass nicht, tu das mal hier unten rein Damit ich jetzt auch sehe, wie ich es auffange Oh, ein Creeper Piss dich Wow What the hell Was? Nein Fuck Oh, zwei Schläge zum Glück nur Ja gut, jetzt bist du dran Alter, nice Ich bin so ein mieser Keller Gut, dann werde ich noch den Jumpcraft-Teil auffüllen und dann Dann heißt es wieder Ähm Hier Pause Aber gerade habe ich extrem Bock auf Jumpbox und so soll das auch sein Wie gesagt, nur auf Schneiden habe ich jetzt nicht immer Bock Weil ich mache das ja schon so lange Alter Sack hier Und äh, darum Penis So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz Ähm Zombie hören Das Nein, natürlich nicht Ähm Zombie hören Oh, so 20% Ja, hoffe ich einfach mal Das erste war nix Hätte ich mir schon denken können Kaijau Ja Jawoll Wer Du kleiner Penis Ja, Fress halten Und Ne, das letzte war auch nix Schade Gut, dann werde ich das Dann werde ich das erstmal dort unten lassen Und jetzt heißt es Aufnahmepause So Oha, das sammle ich noch Das nehme ich noch mit Ähm Das Ah ne Das will ich ja gleich wieder auffüllen Egal Jetzt mache ich einen Cut Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Let's play Minecraft Yorkbox Euer Tobi Hau 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 Hau